Wenn Geld böse ist, dann ist dieses Gebäude die Hölle. Das ist die mit Abstand widerwärtigste Gruppe von geldgierigen, low IQ, high energy, verdammten Möchtigern, big time, small time, scheiße redenden, nervirritierenden Arschlöchern, die ich je für mehr als 5 Minuten ertragen musste. Wie fühlt es sich an Iron Man zu sein? Ist es nicht fantastisch? Ja, es war ein großartiges Geschenk und ich bin sehr froh hier zu sein, die Börse zu eröffnen und mit meinen New Yorker Kollegen abzuhängen.